Was geht ab, blan? Dann mache ich das jetzt. Und zwar würdest du eher, das heißt, so ein, sowas wie, würdest du eher Schweinefleisch essen oder würdest du das oder das machen? Die Fragen habe ich auf Instagram geschrieben. Und ey, äh, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr bei sowas mitmachen wollt, einfach auf Insta folgen. Und blablabla, ich muss gar nicht so reden wie diese YouTuber. Gar keinen Bock jetzt so zu reden. Okay, fangen wir an mit dem ersten. Also, entweder Arian töten oder Beckels Augenbrauen zupfen. Ich sage mal so, von Dez Beckel kann ich die Augenbrauen gar nicht anfassen, Bruder. Weil wenn ich die anfasse, dann passiert so ein Kamehameh und ich fliege weg und ich sterbe. Also, ich kann Beckels Augenbrauen nicht anfassen. Und Arian töten? Äh, ja, ich muss Arian auf jeden Fall töten. Nein, Spaß. Also, natürlich würde ich Beckels Augenbrauen zupfen. Beckel lässt sich ja nicht zupfen. Der macht Seiten auf Null bei, äh, Friseursalon. Ich habe es gesehen, bei Augenbrauen. Falls du das siehst, Bruder, Inshallah, wird dein Auto, äh, wieder ganz. Oder so, ich habe irgendwas mitbekommen mit deinem Auto. BMW ist kaputt gegangen. Allah, kim sei göstermessin, ayolum, aman, 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 Beckel, pass auf dich auf, aman, yorum, warum du bist immer so gefährlich unterwegs, ah, yorum. Nächste, Nächste. Würdest du eher einen Kurden oder einen Amerikaner schlagen? Ich sage mal eine Sache, einen Kurden kann ich gar nicht schlagen. Weil, vergiss das nicht, wenn ihr einen Kurden schlägt, am nächsten Tag sind 5 Brüder und 50 Cousins vor deiner Tür und sagen, Ahi, ahi, kumajezane, was, du hast meine kleine Brüder geschlagen? Weißt du, wer wir sind? Ja, salami. Okay, nein, zwar jetzt Araber, keine Ahnung. Bei Kurden, Bruder, hört der Spaß auf. Die fressen euch auf, alle. Bei denen, egal wo du bist, die haben mindestens 5 Familien. Nächste würdest du eher fragen. Würdest du eher nicht sehen oder hören? Ich sage euch ehrlich, nicht hören, weil sehen ist schon krass wichtig, Bruder. Hören auch, aber sehen? Keine Ahnung, ich will lieber sehen. Was wollt ihr? Schreibt mir in die Kommentare. Keine Ahnung, okay, das ging jetzt, das ging jetzt schnell. Okay, Nächste. Würdest du lieber Schwein essen oder einen Mensch essen? Bruder, was für eine Frage. Wer von euch sagt, ich würde lieber Mensch essen, der soll zu Hoja gehen, damit Hoja den 5 Mal Klatscher gibt. Keiner würde Mensch essen. Mensch essen ist sogar noch mehr haram als Schwein essen. Bruder, gib mir diese Schweinewurst, ich würde mit Herz essen, ich würde mit Herz essen, bevor ich Mensch esse. Bruder, was sind das für Fragen? Ich schwöre auf mein Leben, jetzt ohne Lüge. 50% in meine würdest du eher fragen, ging es um Schweinefleisch. Würdest du eher deine Mutter umbringen oder Schwein essen? Als ob Schwein essen direkt Ding ist, direkt, man kommt direkt Hölle für immer. Der schreibt so, aber ist danach Haribo hinter Rücken. Okay, Nächste, Nächste. Würdest du eher eine Woche kein Internet oder eine Woche lang kein TV? Guck mal, ich sage euch ehrlich, ich habe vielleicht zwei Monate oder so. Ich habe nicht einmal Fernsehen angefasst, außer jetzt Netflix, aber sonst gar nicht. Früher vielleicht, aber Leute, heute. Wer von euch guckt noch Fernsehen? Das macht fast keiner mehr. Sehr, sehr selten, Bruder, dass ich Fernsehen überhaupt aufmache, ist wirklich selten. Aber okay, nächste Frage. Coca-Cola oder Pepsi? Ich sage euch ehrlich, die meisten würden Cola sagen, ich auch. Okay, ich finde Cola auch, Baba. Aber ich habe manchmal Tage, da will ich lieber Pepsi trinken oder doch dann lieber wieder Cola. Das ist so, Pepsi schmeckt wie Cola, Cola schmeckt wie Pepsi, aber Pepsi hat irgendwas anderes. Weißt du, was ich meine? Irgend so eine Kleinigkeit. Die habe ich seit heute nicht herausgefunden, aber irgendwas hat es auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall Cola, Bruder. Nächste Frage. Fortnite löschen oder deinen Opa stream snipen? Mein Opa weiß nicht mal, wie man Fortnite schreibt. Der hat noch nicht mal einen Controller von Playstation angefasst. Wie soll ich meinen Opa stream snipen? Denkst du, mein Opa geht Twitch und macht so Streamsnipe und sagt so, Ah, Ollum, wie geht das hier? Wie ist das? Was denkt ihr euch? Was ist das für eine Frage? Warum, warum f*** ich meinen Kopf wegen sowas? Mach mal weiter jetzt. Würdest du eher einen Abonnenten schlagen oder niemals AMG fahren? Ganz klar, ich würde auf jeden Fall Abonnent ein paar Schellen geben. Das ist gar kein Thema, Bruder. Niemals AMG fahren kommt gar nicht in Frage. Ihr braucht gar nichts zu versuchen. Wenn mir einer ein AMG hinstellt und einen Abonnenten, ich würde den Abonnenten links, rechts, Schelle geben, Bruder, und dann in ein AMG einsteigen. Ganz einfach. Ich bin nur ehrlich. Jetzt würde einer sagen, Oh, du Ehrenloser, sei mal leise. Das würdest du genauso machen. Danach würde ich mit Abonnenten irgendwo Eis essen gehen. Safi, Bruder. Meine Güte. Gott, 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 Gott. Nächste Frage. Göttwerden. Was hat das jetzt damit zu tun? Warum schreibst du das? Du schreibst auch noch voll falsch. Warum macht ihr sowas? Warum macht ihr sowas? Bleib doch einmal ernst, Mann. Nächste. Würdest du eher wissen, wann du stirbst oder wie du stirbst? Boah, gute Frage, Wallah. Ich würde lieber wissen, wie ich sterbe. Weil wenn ich weiß, wie ich sterbe, kann ich vielleicht ändern. Versteht ihr? Wenn ich weiß, wann ich sterbe, kann ich ja nicht ändern. Soll ich dann an dem Tag einfach zu Hause sitzen und warten, bis der Tag vorbei ist? Am Ende sterbe ich wegen Herzinfarkt oder so. Deswegen, wie man stirbt. Dann kann man das ändern. Vielleicht. Vielleicht ist das nur ein Trick um sich selbst. Ach, was labere ich schon wieder, Mann. Würdest du eher ein Jahr kein YouTube machen oder ein Jahr kein YouTube gucken? Ich würde lieber ein Jahr kein YouTube gucken. Weil, Bruder, irgendwo muss auch das Geld fließen. Ich sage euch so, wie es ist. Bruder, ich kann doch nicht einfach ein Jahr kein YouTube machen. Was ist los? Dann gucke ich lieber ein Jahr kein YouTube. Dann kann ich irgendwas anderes gucken. Instagram-Videos oder so. Keine Ahnung. Oder Fernsehen, alle. Dann gucke ich Fernsehen. Oder Netflix. Nächste, bitte. Nächste, Mann. Nächste. Würdest du eher nie wieder Friseur gehen oder nie wieder duschen? Okay, das ist jetzt... Viele würden sagen, nie wieder Friseur gehen. Ja, das stimmt auch. Ich würde auch nie wieder Friseur gehen, genau. Bruder, nie wieder duschen. Ihhh. Aber wenn du nie wieder Friseur gehst, Bruder, du wirst aussehen wie Osama Bin Laden, sein Onkel. So wirst du aussehen. Gab es mal Menschen, die nie Friseur gegangen sind? Wie sehen die jetzt aus? Egal. Was stelle ich mir so viele Fragen? Nächste Frage. Würdest du eher reich werden und kein YouTube mehr machen? Oder weiter YouTube machen? Darüber habe ich schon oft nachgedacht. Und ich muss ehrlich sagen, Junge, sobald ich reich wäre, Wallabilla, ich würde das YouTube nicht mehr anfassen. Ich sage euch so, wie es ist. Ich mache doch YouTube eh nur wegen Geld. Warum soll ich dann, wenn ich reich bin, weiter YouTube machen? Außer, wenn ich, ich würde einen Kanal aufmachen, ich würde aber Monetarisierung und so ganz außen machen. Ich sage euch so, wie es ist. Ich mache ganz Monetarisierung aus, damit ich kein Geld verdiene. Und dann würde ich einfach Videos hochladen, wenn ich Lust habe, die so einfach, wo ich was loswerden will oder so. Wisst ihr, was ich meine? Wo ich einfach sage, ey Leute, so und so. Ich würde so Baba Videos drehen. Aber vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate ein Video, Bruder. So einer bin ich. Okay, nächste, nächste, nächste Ding. Würdest du eher einen Mercedes haben oder YouTube weitermachen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank für die Frage. Ich würde eher einen, ich würde natürlich YouTube weitermachen, ich glaube, ich mache kein YouTube weiter. Das würde nicht so funktionieren. Ich sage dir so, wie es ist. Also lieber YouTube weitermachen. Glaubt mir, das ist das einzig Richtige. Okay, das war es jetzt mit dem Würdest du eher fragen. Ich muss euch sagen, Leute, die meisten Videos sind jetzt gerade nicht auf bis 10 Minuten, weil es ist gerade kaum was los und wir haben Januar, Leute. Bei Januar, man macht nicht so viel Para. Wisst ihr, was ich meine? Weil Dezember ist schon vorbei so. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Mal gucken, vielleicht ist das nächste Video sogar länger. Man weiß nie. Hadi. Tschüss.